Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Video von GoldenBody Personal Training. Weil es euch so gut gefallen hat, oder vor allem dir Renata so gut gefallen hat, machen wir heute wieder ein Tuchmalgelb. Ich sehe ihn hier hinten. Ich habe diesmal zwei Tücher bereit. Es geht ein bisschen einfacher, wenn ihr nicht zwei habt, nehmen ihr einfach ein grosses Badduch. Das spielt nicht eine solche Rolle. Wir gehen heute mal auf die Zeit. Und zwar haben wir 35 Sekunden Workout und 20 Sekunden Pause. Es sind insgesamt nur etwa 11 Minuten, aber ich sage euch, das sind die 11 Minuten des Todes. Also ich habe vorher am meisten an jede Übung zweimal durchgemacht. Und ich meine zwei Wiederholungen, nicht zwei Sätze. Und sie sind mörderisch. Gut, das war schon alles, was ich dazu gezeigt habe. Wir fangen gleich an. Ich zeige euch die fünf Übungen, die ich für euch auf Lager habe, gleich mal vor. Wir machen zwei Übungen und dann haben wir die 11 Minuten. Gut. Wir machen Ihre Übungen zweimal. Ganz genau. Gut, wir starten. Die erste Übung sieht so aus. Wir gehen in die Liegestützposition. Bauch anspannen, Vögel anspannen, kommen mit einem Arm immer höher. Die zweite Übung sieht so aus. Das sind Mountain Clangers wie die Kalender immer. Einer Fuss anziehen. Den anderen strecken. Dann haben wir also die nächste Übung. Vor allem auf den Bauch, aber es läuft in den ganzen Körper. Und zwar tun wir die Knie zur Brust ziehen, strecken, gerade hoch. Brust, gerade. Das ist jetzt schon streng. Dann haben wir als nächstes die seitlichen. Das heißt rechts, zurück in die Mitte, links, zurück. Die Hüfte wird sich immer abdrehen. Und dann haben wir als letzte. Da brauchen wir nur noch eine Türe. Ganz eine schlimme. Und zwar sehen sie so aus. Das sind einbeinig, Bein anziehen, strecken und das Bein, das in der Luft ist, hinten hoch. Anziehen, strecken, hinten hoch. Wir lassen es eigentlich schon. Quatsch. Also. Also da. Wir starten jetzt im Timer und lassen gleich los mit der ersten Übung. Die mit den Ärmel. Genau. Also starten. Bringen wir es hinter uns. Und. Ah, voilà. So. Ohne Position. Drei. Zwei. Eins. Go. Füße an. Füße an. Füße an. Füße an. Wir haben die Kräfte in 35 Sekunden. Stille in den Atem. Füße an. Füße an. Füße an. Füße an. Füße an. Und. Füße an. 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 Und das kreiert jetzt. Und dann geht es weiter. 3, 2, 1 3, 2, 1 Ich hoffe, ich war so heiß. Was ist heiß? Das habe ich nicht gesehen. Ich fluche viel. Ich kann so viel fluchen. Oder fluche öfter. Braucht es nicht mehr in meinem Alter. 3, 2, 1 Los! Zeig ihr euch! Das war's. Das war's. Peace! 3, 2, 1 Gut! Die nächste ist die mit dem Bauch. Knie anziehen zur Brust. Und dann mit gestreckten Beinen. Wow! Die Oberschein. Ich werde jetzt gleich noch nörder. Sorry. Und los! Anziehen. Hintern. Strich. Draht. Ocken. Strich. Sech. Sech. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich war's. Ja, nicht nur. Ja, nicht nur. Einen. Das war's. Ein. Das war's. Das war's. Bis dann! Drames und Tessie! 3, 2, 1. Wow! Wie können 6 Minuten so schlimm sein? Gut, trinkt Kälse. Gott. Die nächste Hälfte wird nicht besser. Oh Mann! Jetzt haben wir uns gerade hier. Aber wir sind schnell oben. Ist doch immer schön zu wissen. Gut. Wir machen weiter. Mit den seitlichen Knie. Seidlich zu den Erden ziehen. Falls irgendjemand mit der Handplank fällt, könnte das alles auch auf der unteren Erdenplank machen. Das spielt absolut keine Rolle. Wir haben einfach nicht so viel Beifreiheit. Das ist auch nicht das Problem. Gut. Time auf fortgesetzt. Es geht noch ein bisschen. Ready? Steady. 2, 1. Go! 3, 7. 2, 1. 2, 2. 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 2, 1, Übersphase, wir können es auch mit einem probieren, es kommt dann fast ein wenig in den Weg. 3, 2, 1, 2 natürlich! 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14h blurr! Jetzt kommen die Einbeinungen und ich zeige euch, die Verreissräume hast du hier beschenkt. Gut. Machen zuerst den linken Bein, machen das rechte, dann das linke, dann das rechte. Stehen wir durch. Gut. Wir fangen an. Einbein. Anziehen, strecken, gut. Anziehen, strecken, gut. Jetzt muss ich dran. Fünf. Rechung. Wie die Mane. Drei. Zwei. Oh. Einbeinungsfasen. Die andere Seite. Und ich mag die Gassenen festen. Bitte sagen wir. Squatoren festen. Oh. Also. Drei. Zwei. Eins. Nog. Drei. Zitzen. Was vergessen? Na. En. Zwei. H ACE. Wenn es nicht mehr geht, stellen ihr den einen Fuss und den anderen ab. Schweissgebadet! Gut. 3, 2, 1. Das letzte Mal das Bein. Zucht drauf, füren, hinteren, hoch. Noch 10 Sekunden. Beissen. 3, 2, 1. Gut. 10 Sekunden. 3, 2, 1. Ich habe mich schon wieder gefühlt. Allerletzte Runde. Allerletzte. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Komm, komm, komm. 10, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Die Hände pausiert. Kraft. Kraft. So. Dann wären wir wieder. Klang schnoss und hochrot. Anna. Wir haben es geschafft. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Oder vielleicht habt ihr noch zugelegen. Das ist es, ich habe nichts mehr zu sagen. Danke. Gute Zeit. Gute Vorweihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.